Also, hi! Und willkommen zurück zu Clash of Clans. Ähm, wir schreiben Freitag. Den 28. Juli. Also, wenn das Video hier kommt. Und ich nehm das Ganze auch. Vorsicht, sie erwarten es. Am 28. Juli auf. Ja, red uns Kai. Warum auf einmal so tagesaktuell? Wie du gerade eben schon im Titel stehen hast. Das heißt, backfrisch, ja. Backfrisch das Ganze hier auf trocken am Start. Und ich kann Ihnen genau sagen, warum das so ist. Warum ich das Ganze hier am Freitag aufnehme, damit es Freitag kommen kann. Ich kann das sofort sagen. Hat nämlich folgenden Hintergrund. Ich wollte gestern schon, also am Donnerstag. Wir reden heute von heute. Wir reden alles vom heutigen Tag, von der heutigen Perspektive aus. Und, naja, heute ist halt Freitag. Ich nehm das Ganze auch am Freitag auf. Kann ich das irgendwie beweisen? Ja, hier, guck mal. Freitag, 28. Juli, 9.08 Uhr. Aber der könnte auch das Datum verstellt haben. Ja, ja. Red uns Kai, ist so dumm. Er denkt, wir fallen drauf rein. Jedenfalls gestern, glaubt mir oder glaubt mir nicht, aber gestern... War es so, ich hab um 17.30 Uhr gestreamt. Und um 17.00 Uhr dachte ich mir so, komm, nimmst du noch ein paar Tash of Clans auf, weil du kamst am Donnerstag gar nicht dazu. Wegen Besichtigungstermin an der Wohnung, etc. Kam es ja nicht zu. Also, 17.00 Uhr. Was mach ich um 17.00 Uhr? Ja, mach das Spiel an. Und, ähm... Naja. Auf einmal werden die Server gewartet und ich konnte nichts tun. Ich konnte leider, ich konnte leider nicht ins Spiel gehen und ich hab wirklich so bis Viertel nach gewartet, dachte mir so, fuck off, bringt doch nichts. Gehst du aus dem Spiel raus, vergisst du das erste Mal. Nimmst es halt wann anders, auch nach dem Stream. Habe ich aber nicht gemacht. So, und da bekam ich im Stream dann, als ich halt... Ja, wie gesagt, ich hab halt gestreamt und da kam halt der Chat-Eintrag von wegen, hey, red uns Kai, greif doch mal im CK an. Und was soll ich ihm sagen? Ich kam leider nicht dazu, diesen CK, ähm... Naja, ihr seht's ja gerade, ne? Ich kam nicht zu. Tut mir leid. Und das Ganze... Ich will nicht sagen, es ist die Schuld vom Spiel oder so. Oder die Schuld von den Ser... Ja, doch, dann kann man's auf die Server schieben, weil... Es waren halt wirklich die Server. Ich wollte angreifen, ich konnte aber nicht. Ja. Ich wollte angreifen. Aber ich hatte nicht die Möglichkeit dazu gehabt. Tum war wirklich sehr sorry. Hm. Wenn ich in der Mitte alles reinschmeiße, sterben die Truppen noch sowieso hin schneller. Ja, in Kürze, oder? Wisst ihr was? Wir probieren's einfach mal. Boah, das hat gar nichts gebracht. Das ist ja cool. Nice. Na, ich dachte irgendwie, das könnte was bringen. Mit dem Frostzauber und so, aber... Naja. Na, ich hab quasi gestreamt, da hatte ich keine Zeit dafür. Ich schaffte jetzt auch ziemlich... Wollte, aber ich konnte nicht. Ich weiß sogar nicht, was da für CK-Truppen gerade eben gekommen sind. Die meinten, rumzunerven. Ich weiß nicht, was das gerade eben für Truppen waren. Aber ich denke auch, dass die Verteidigungstürme dafür gesorgt haben, dass ich da relativ schnell abkratze. Aber man hat auch bestimmt gemerkt, ja... Das war halt nicht... Also, die... Das Dorfhundrad eben war halt nicht mein Kaliber. So, please, Magier. Dann please auf die Kakao und Fangs. Also, das sah ja am Anfang wieder ganz gut aus. Aber naja. Dann kam halt das, was kommen musste. Packers laufen alle wieder raus. Richtig cool. Naja, was willst du dagegen schon machen, ne? Da kannst du nichts gegen machen. Krass, warum greift uns denn hier keiner mehr an? Ich meine, es ist besser für uns, ne? Dann haben wir halt mehr übrig für... Harte Zeiten, aber... Komisch ist das schon. Ich darf mich ja auch wundern, oder? Luftfeger. Luftfeger. Verbessern wir auf Level 4. Sehr wohl. Ja. Gut, dann würde ich sagen, bin ich raus. Ich hab nämlich heute nicht mehr so viel Zeit. Und ich wollte vor dem Stream heute Morgen nämlich noch was essen. Denn ich habe heute um 9.30 Uhr gestreamt. Mitopia. Wisst ihr Bescheid. Deswegen, ich pfeife mir jetzt eben schon noch schnell Cornflakes rein. Also bye. Und da habt ihr etwas kürzeren Part. Aber ich denke mal, das ist okay, weil... Die letzten 50 Parts waren wahrscheinlich alle... Was ist passiert? Scheiße, was ist passiert? Waren wahrscheinlich alle doppelt und dreifach so lang. Also bye. Hey, warum stellt sich... Hallo, das schallt sich ständig aus. Hast du eins Schaden? Naja, bye.